Im Prozess gegen den Geschäftsmann Reza Sarab in New York werden vier Mitarbeiter der Halkbank als Zeugen aussagen. Die Zustimmung gab Richter Richard Berman. Die vier Zeugen werden per Videokonferenz in den Prozess zugeschaltet und wollen den stellvertretenden Chef des Geldhauses, Mehmet Hakan Attila, der ebenfalls angeklagt und in den USA im Gefängnis sitzt, entlasten.